Mein Weg Aber du könntest mir noch ein paar Türen produzieren, wenn es zufällig bei dir irgendwann wieder bist Nein, wird knapp, ich habe kein Holz mehr Es ist schlecht Ich brauche Utensilien für ein Badezimmer Also im Moment, ja Nein, weißt du was, machen wir so Ich sage dir dann, wie viele Türen, dass ich insgesamt brauche Wenn ich fertig bin Da liegt auch noch einer Was ist da drinnen? Achso, ok Wer ist voll? Ich kann Achso, dann kann Tja Kann man eigentlich, warte mal Muss ich da mal gucken gehen Hallo, Hase Jetzt Worauf tut ich dir? Hm 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 Ich kann auch welche Ich kann auch den gut dann nicht so eine ausgewachsene eiche ich muss kurz zu dir kommen ich habe ich habe derzeit keine werkbänke und nix frische tasten jedes mal wieder oh wo hast du eigentlich denn den normale werkbank hingestellt auch im sägelwerk kann es lang so hast du denn nicht mehr ich habe meine abgebaut weil er das haus umbau brauchst du doch kurz wieder an jetzt bin ich schon bei dir ja so wie viele türen brauchst du ich weiß es noch nicht wie viel das ich insgesamt brauche aber du könntest mir mal zwei stühle und einen tisch machen nimm die einfach hier mit wieder nimm die dir von hier mit ok ölpäh aus ich merks gerade dankeschön ja bitteschön ja bitteschön mhm 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 das gehe ich auch irgendwie nicht weiter mhm 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 Ich schreibe das einmal zusammen, was ich alles brauche. Warte mal, wir haben doch da so eine komische Tafel. Mach mal hin. Wie funktioniert denn das? Mhm. Interessant. Aber soll ich dir was sagen? Äh? Nicht? Okay, dann sage ich dir nicht, dass... Äh, ich bin mal kurz aufgehauen. Nicht das da so zu machen. Ah, mir juckt die Sorge. Äh. Kannst du dich noch erinnern, wie man das letzte Mal die ganze Zeit das Spiel angestürzt ist? Oh, oh. Schon wieder? Nein, nein. Nein, nein. Aber... Das waren die Anfänge. Zuerst ist es ja noch hin und wieder passiert. Ich meine hin und wieder ist gut. Ich glaube in der Aufnahme drei oder vier Mal. Ja? Und... Äh... Ja, er hat das dann im 10 Minuten Takt gemacht, der Rechner. Und auch wenn man nichts gemacht hat. Also... Wenn kein Spiel gerannt ist, sondern einfach nur irgendein YouTube Video gerannt ist, auf einmal zack, Fenster. Ja. Das war der Grund, warum ich meinen Rechner nicht aufgesetzt habe, weil ich mir gedacht habe, Nö, so nicht. Dann nehmen wir das da. So. Genau. Das wird das Wohnzimmer. Äh... Wie viel Lamba hast denn du noch? Äh... Nicht allzu viel, glaube ich. Warte, ich kann dir glaube ich noch... Kannst du die Produktion wieder anwerfen, bitte? Die ganzen Tierkatalver noch erst weg? Warst du auf der Jagd, oder wie? Mhm. Oh, fleißig, fleißig. So. Mhm, mhm, mhm. So. Dann haben wir... Dann haben wir... Dann haben wir... ... und. Dann haben wir noch immer noch eine Frau, um zu kurz auf. Dann haben wir noch damit... ... und sind halt noch mal ganz ausgerissen. Dann haben wir noch die Frau gemacht, dass ich nicht so gut bin. Not this. Okay. Okay. Dann beim Auftrag. Mhm, danke. Da läuft ein Elch. Am zukünftigen Hauptplatz herum. Hallo Elch. So, dann wärmer. Ja, vor allem so viele Eichen. Na ja, ist ja gut. War ich gepflanzt? Wir brauchen jetzt Holz, oder? Ja, der schon, aber... War mir so sehr vermehrt. Ich hab... Ich hab zwar angepflanzt, aber es sind so viele Teile, die ich nicht angepflanzt hab. Ah ja. Die wollen auch leben. Aber nicht in diesen... Was? Äh, nichts. Du wolltest jetzt nichts sagen, aber nicht in dieser Welt, oder wie? Aber nicht in diesem Sinne. Ach so. Okay. Ja. Ja. Ich hab noch leichte Schwierigkeiten mit dem Stiegensteigen sowieso schon. Ja. Irgendwie ist das da ein sehr dunkler Schluf. Wenn wir da noch ein Fenster einbauen. Bitch. Besser. Besser. So. Genau. Und bis der Lamber produziert ist, werde ich da was testen. Wie schaut das aus, wenn ich... will ich das noch mal sehr? Tut mir das nicht dann. Nein, ob es das jetzt da optisch so besser macht, weiß ich auch nicht. Na warte mal, mit dem Vergleich habe ich das da drin und wie immer, hallo, danke, ja Blödsinn, lassen wir auch hinten. Soasi ich habe heute ein paar Tr 실� dimensions anschaut, dass ich wieder What's this. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich schau das von innen aus. Das Highlight ist es ja an sich auch nicht. Also die Lösung mit den Decken dazwischen, das gefällt mir irgendwie so alles nicht wirklich. Nee. Hast du noch irgendwo Hume-Locks durch die Gegend legen? Ähm, ja, bei mir in der, also bei mir, bei uns in der Dings, in der Scheune. Oben. Ich nehme ja da mal welche mit. Und wenn wir das anschauen. Ich nehme ja da mal welche mit. Und naja, aber so wirkt das Ganze gar nicht so blöd. Ich nehme ja da mal welche mit. 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 Jo. Ich mache das so. Ich nehme ja da mal welche mit. Gut. Ich nehme ja da mal welche mit. 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 Ich nehme da mal welche mit. Also ich nehme da mal welche mit. Du meinst, ich habe Glück oder wie. Ja, so kann man es auch nennen, Alter. Hehehe Verstehe Ähm Die Hune-Logs die da drinnen sind Darf ich die alle haben oder ist sie schlecht? Die Hm? Nimm die ruhig Ok Und den Rest was ich nicht brauche bringe der eh wieder retour Mech hat noch nicht ständig hin und her rennen müssen Dann nehm ich mir gleich ein paar mehr auf Reserve mit So Sollte er den vielleicht noch mitten im Weg instellen? So Tanakh Ansoning Ok Wie ist das genau hier? Okay. Zu wenig. Guten Tag. Guten Tag, habe ich gesagt. Was baust du da? Dein Bild. Gerade einmal Strassentool reparieren. Bitte? Gerade einmal Strassen... Wie heißt das denn? Straßenwerkzeug. Ja, Strassentool. Entschuldigung. Das ist ja schon ausgewachsenes... Ja, ausgewachsenes... Denglish. Denglish. Strassentool. Wir haben echt sonst nichts mehr Holz rumliegen, gell? Gut, dass was da noch da war. Ich habe jetzt gerade schon ein paar Bäume gepflanzt. Mehr. Fast um die 20 Stück. Gut, dann mache ich dabei mit etwas anderem weiter, bis die gewachsen sind. Ich kann auch schauen, dass ich ein paar Bäume noch hole. Ich kann auch schauen, dass ich ein paar Bäume noch hole. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.